Jogger, Jogger, Jogger und Schlips. Moin, ich bin Richard am Gesang, ich bin Lennart, spiele Schlagzeug. Malo, Gesang und Rap. Steve, ich spiele Horn. Ich bin Toil, und spiele Gitarre. Ja, und Musik natürlich gut ist, ne? Die Musik ist super, ja. Die Musik ist perfekt, wir haben einen roten Faden. Ach so ein Blödsinn, das Publikum sollte uns nicht wählen. Das Publikum sollte wählen, wen es am besten mag. Und wenn wir das zufällig sein sollten, dann haben wir Glück gehabt. Ein Axelot. Ja, der braucht halt viel Axelot. Sir Axelot. Das ist so, was die Fugen glattstrichtet, kann man dann, also... Das kennt ja ganz woanders her. Und dann verdosen wir 50 Euro und eine Flasche Whisky für den, der am besten getanzt hat. Was macht das denn? Oder wir werden wieder vernünftig und sagen, für kein Geld der Welt würden wir nackt auftreten. Niemals. Denn, das heben wir uns fürs Schlafzimmer auf. Oh mein Gott. Wir haben ihn doch dabei, oder? Ey, don't hassle to hope, Alter. Weil wir was anders machen als sonst. Man sollte jetzt kein Bier trinken gehen, sondern dranbleiben. Warum bin ich so, warum bin ich so, warum bin ich so ein Schwein? Weil ich so, warum bin 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 ich so, warum bin